Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo Guys, welcome back. Before we started, und zwar Markus hat mir eine Anfrage gestellt. Und zwar hat er Metallic Ink von Liquitex gehauft. Wollte es auch mit Medium mischen und die ganze Pigmente, also Metallic Pigmente sind irgendwie verschwunden. Kann man nicht sehen. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht gearbeitet mit dem. Wisst ihr was? Wenn ihr was wisst, helft uns gerne. Schreibt ihn in die Community. Und ich gebe es dann Markus weiter. Ich bleibe aber auch dran. Ich habe bei Böse noch, wie gesagt, gefragt. Habe auch den falschen Mann erwischt damals. Und bleibe aber dran. Sobald ich was erfahren habe, gebe ich es auch weiter. Gut. Weird question from Markus. He has buy it Liquitex acrylic ink and mix it with Medium. Und er kann nicht sehen die Metallic Pigmentex. Ich weiß nicht, warum ich nicht mit diesem Produkt arbeite. Wenn du ihm helfen kannst, oder wenn du ihm helfen kannst, schreibt ihn in die Community und ich gebe dir die Antwort, Markus. Also der Alkohol sieht auch gut aus. Okay. 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 We have cells. Also wir kriegen auch Schöne Zellen mit Alkohol in. We'll become cells with alcohol. One more error. Gut. Heute möchte ich ein Bild machen. Und zwar erstmal habe ich hier Kirschrot, Violett und Schwarz für den Hintergrund genommen. Also I had cherry red, purple and black for the background. Und möchte dann praktisch mit Neon-Grün, Neon-Gelb und Neon-Pink, also wie so Sterne machen. Das verdiene ich dann auch noch mit Alkohol, damit es besser fließt. Es geht also in die Richtung abstrakt. Mal sehen, wie es rauskommt. Mal sehen, wie es rauskommt. I wanted these colors for the background and want to make stars with Neon-Green, Neon-Yellow and Neon-Pink. Okay. Check erst wieder nachher noch. Fangen wir mal an, wo ich starte. Also der Hintergrund sollte etwas dunkler werden. So, also ich habe es gemacht. Die Hintergrundfarben habe ich nur mit einem reinen Medium. Ihr könnt es vielleicht beim letzten Mal erklären, also recht dickflüssig. The background colors are only mixed with medium. Ja gut, was heißt dickflüssig wieder? Okay, das kriegen wir auch noch hin, sonst schmeiß ich mit Untertitel wieder. Gut, ich schaue mal auf die Farben rein. Gut, ich schaue mal auf die Farben rein. Töne denen wenigsten Zeit. Okay, ich schaue mal auf die Farben rein. Okay. Der Keilrahmen ist 40 auf 30 cm. Das Gadget Canva ist 40 auf 30 cm. Okay. Jetzt ist mein Dung dahinter wohnt. Das ist mein Backround. Okay. Und nun möchte ich versuchen mit diesen Neonfarben, also Neongrün, Neongelb und Neonpink, wie so Sterne, sage ich jetzt einfach mal, zu machen, die auch ein bisschen blauen. Da werde ich noch Alkohol reinmischen, 70%ig Alkohol. Okay. Mit Neongrün, Neonjellow und Neonpink. Ich möchte es erst mal starten. Und ich mixe es mit Alkohol, 70%. Und das wird wirklich gut. Schauen wir mal. Okay. Alkohol ist eigentlich für den besseren Fluss. Dann hoff, dass nichts mehr verläuft. Alkohol ist für den besseren Fluss. Ich möchte euch mal wieder rein machen. Ich möchte euch mal wieder auf den neonfarben. Ich möchte euch mal wieder rein machen. Und dann wieder ein bisschen sehen. Ich möchte euch mal wieder ein paar Mal anschauen. Hier ist es nicht. Sorry. Die Neonfarben habe ich nicht mit einem reinen Medium eingemischt, sondern mit einem Flut-Medium grenzend. Ich mixe die Neon mit dem Flut-Medium Glossy. Das ist sehr dünnflüssig. Ich werde eine Technik anwenden, die aus der Spray-Pend-Art-Technik kommt. Ich schnippe die Neonfarben auf das Bild. Spray-Pend-Art, wer es nicht kennt. Ich mache hier auch Bilder mit Sprühdose. Das ist eigentlich diese Technik. Okay. Die Neon-Colors. Ich bringe die Colors mit meinen Fingern und schnappe sie. Ich weiß nicht. Schauen wir mal, wie es wird. Okay. Kommt doch eigentlich ganz gut. So. So. Abstrakt. Und macht eigentlich mit dieser Technik den Spray Paint Out, also den Himmel, macht und die Sterne, weiße Sterne jetzt zum Beispiel, we do the Spray Paint Out, this one, the Stars from the Heaven, ok, that's right, das reicht eigentlich schon, Akku ist auch schon wieder leer, the battery was over, ok, yeah, it's good, looks like good, really nice, I don't know, oder ob ich noch was machen soll, oder ob ich noch was machen soll, der Alkohol wirkt jetzt noch, the alcohol works, slowly, aber es sieht schon ganz gut aus, ich hoffe das bleibt jetzt auch so, gut, dann zeige ich euch wieder die Nahaufnahme, soll dann nicht immer so ein langes Video sein, ihr sollt ja sehen wie die Techniken gehen, ich will euch ja damit helfen, ja, you can see, how I work, and I hope I can help you with these techniques, gut, dann zeige ich euch wieder die Nahaufnahme, you can see from Classy, ah, looks very nice, sieht recht gut aus, ich hoffe ihr könnt es gut sehen, I hope you can see it good, nice, das ist, also echt, trotzdem, also schöne Zellen, auch ohne Silikon, hier, hier, red cells, really nice, also ich finde es richtig gut, und ich hoffe das es jetzt auch so trocknet und nicht wieder zu arg verläuft, I hope when the picture is ready, that no runs to cells, okay, gut, dann hoffe ich, dass euch das Video wieder gefallen hat, Markus, wie gesagt, ich bleib dran, yeah, I hope you like this video, and when you help, oder when you can help Markus for the question, das war nice, okay, dann bis zum nächsten Mal, ciao, see you, bye. at Untertitelung des ZDF für funk, 2017